Dann entführen wir sie hier nach Köln zum Eisenmarkt, ein paar Meter vom Altenmarkt weggelegen, zum Kölner Eisenmarkt. Da hat das Hänneschen sein Domizil. Hänneschen, Spill, Spill, Hänneschen, Spill, die drei Söcke. Aber zunächst mal, das Harriken-Duo wird nie zu Fuß nach Köln, aber es ist eine musikalische Liebeserklärung an Köln und die Kölner. Zwei, drei, vier. Wird nie zu Fuß nach Köln und da blüht nie viel Toulon. Nimm die nächste Eisenbahn, komm um 11 Uhr dort an. Denn dort am schönen Rind sind die Jäcke noch in. Und mit Kölner und Tralat wählen alle Mädchen. Der eine macht auf nach Mallorca, der andere zum Mosel beim Ball. Ein Tritzer setzt sich in ein Flugzeug, plädt sich bei den zwei Mädchen ein. Willst du mal echt was erleben und hast schon so manches probiert? Musst du nach Köln hin, denn da steckt Leben drin. Das hat schon oft funktioniert. Wird nie zu Fuß nach Köln und da drüht nie viel Toulon. Nimm die nächste Eisenbahn, komm um 11 Uhr, 11 Uhr an. Denn dort am schönen Rind sind die Jäcke noch in. Und mit Kölner und Tralat wählen alle Mädchen schar. Der eine tanzt gerne lang, der andere Rumba und Schar. Ein Tritzer kriegt zwei Macarinen, den Kick und den richtigen Drei. Hör ich die Musik von den Höhnern, den Hawaii und den Blackfuss. Und mit Kölnern rein, mich zum Schunkelein. Wer dich so richtig nennt, wird nie zu Fuß nach Köln und da drüht nie viel Toulon. Nimm die nächste Eisenbahn, komm um 11 Uhr, 11 Uhr dort an. Denn dort am schönen Rind sind die Jäcke noch in. Und mit Kölner und Tralat werden alle Mädchen schar. Und mit Kölner und Tralat werden alle Mädchen schar. Wird nie zu Fuß nach Kölnern, da drüht nie viel Toulon. Nimm die nächste Eisenbahn, komm um 11 Uhr, 11 Uhr dort an. Denn dort am schönen Rind sind die Jäcke noch in. Und mit Kölner und Tralat werden alle Mädchen schar. Und mit Kölner und Tralat werden alle Mädchen schar. Vielen Dank.